ARD Text im Auftrag von Funk Ja genau, deswegen unten noch die Schrift, die man bei mir nicht lesen kann, weil ich keinen Filmfokus habe, ne weil ich keinen Filmfokus habe, beziehungsweise ohne Autofokus. Sind die Nummern, ich glaube die waren nummeriert, hatte ich gesehen. Genau, fangen wir mal mit dem 1 an. Ist jetzt Tempest Nummer 1 in blau. Ah, Junge! Ist das krank? Aber, muss man mal sagen, wären in Deutschland legal F2-Zulassung 25 Gramm, halt nur für den finnischen Markt gedacht. Also geistestkrank. Ein paar gab es halt im Funk-Store an Slugice, woanders hat man die jetzt hier nicht herbekommen. Genau, krass. Wir haben ja auch so eine schöne Durchschlagsnote. Das ist eher als würde man so Partyfeuerwerk zu nehmen. Richard Bautista. Schüsch. Schüsch. Okay, Nummer 3. Stell mal hin. Boy. Boah. Ey. Alter, ist das Wahnsinn, Alter. Ihr habt es gehört, Tempestbombenrohre auf Schlag, alle drei Stück. Und? Nein! Ist ja ausgegangen. Alter! Alter! Und das dritte? Das Knalltraum hat sich jetzt aber gelassen. Das Knalltraum hat sich jetzt aber gelassen.